Hallo Internet, guten Abend. Ich habe mir so ein Fahrzeug gekauft in China und das sieht aus in Zippo. Ist aber keins, sondern das macht so einen Plasmabogen. Also da steckt eine Lysium-Polymer-Batterie drinnen und die kann man auch laden, hier über USB. Und ja, an sich, nettes Gadget. Da steckt jetzt ein Stückchen Elektronik drinnen und da ist ein kleiner Mikrocontroller drauf. Und den habe ich runtergenommen und das setzt durch einen anderen Mikrocontroller, den habe ich programmiert. Und jetzt kann das ein bisschen mehr als vorher. Also, seht mal her, hier. Ja, und der Witz ist, dass die Musik jetzt nicht aus einem Speaker kommt, sondern richtig aus dem Plasmabogen. Also der Plasmabogen wird moduliert über zwei Fetts und ja, die schalte ich halt so ein und aus, dass da wirklich Musik entsteht dabei. Spiel den selben Song nochmal! Den selben Song nochmal? Na gut. Ja, ich habe vor, den Source-Code und wie man das macht, noch online zu stellen. Wenn ihr so ein fertiges Ding von mir kaufen wollt, könnt ihr das wahrscheinlich auch bald mal machen. Ich muss mal schauen, ob ich noch mehr von denen herkriege. Okay, dann schönen Abend. Tschüss!